Und der dritte gibt Platteleger, aber du hast doch zwei Chancen nicht geholt. So, der Christian hat schon gehört, es will er vielleicht ein bisschen weniger fies ausschlagen. Das bringt er was so ins Gerogen, um sich mit dem Rücken anzugehen. Stink also mit dem Rücken in den Haken, wir werden es abgeholt. Dann können wir immer, dass wir nicht hinfährlich und rechnen. Wer ist der zweite Kandidat?